Her und Willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch den krassesten Minecraft-Trick, der überhaupt geht, weil ich kann berechnen, wo sich Diaerze befinden unterirdisch, indem ich einfach nur oben über die Minecraft-Feld laufe und mich anhand von Sachen orientiere und etwas abzähle. Und das ist mega krank. Das ist der heftigste Trick schlechthin. Die Position von Diaerzen mathematisch berechnen und wie das geht, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ich habe vor kurzem ein Video geladen, da habe ich gezeigt, wie man die grobe Position von Endcities berechnen kann, dass man immer auf eine Elytra stößt, in welchen Schankkoordinaten man fliegen muss, dass das immer garantiert klappt, weil man direkt darauf zufliegt, wie Endcities generell generieren. Ich verlinke es euch mal per Infokarte. Wenn Ihnen das noch interessiert übrigens, dass ihr besser Elytras findet, der guckt am besten da mal rein. Und jetzt in diesem Video gucken wir uns mal die Sache mit den Diaerzen an. Falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, gerne den Kanal abonnieren, wenn dann alle weiteren Folgen der Abo-Box uns was Neues, Interessantes rund um Minecraft gibt, so wie diesen Trick oder wenn man was rauskriegt, dann erfahrt ihr das hier auf dem Kanal. Würde mich freuen. Hilft immer extremst. Und an allen anderen, Like findet ihr den Mutabike-Rhythmus. Wäre wahnsinnig lieb. Hilft extremst. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's los. Leute, wir machen das auch so. Ich gehe jetzt in Singleplayer, mache eine einfach normale neue Welt. Creative Mode, New World, Great World. Kein spezieller Seed, kein gar nichts. Und ich zeige mal ganz genau, was jetzt abgeht. Zunächst mal, dieser Trick funktioniert wirklich. Das ist kein verspäteter April-Scherz oder sonst irgendwas. Und ich bin auch schon im richtigen Biom gespawnt, denn er funktioniert im Sumpf-Biom und im River-Biom. Nämlich überall dort, wo gewisse Sachen generieren. Und zwar Clay-Patches oder Gravel-Patches. Ihr seht, wenn wir drüber fliegen, dort ist zum Beispiel ein Gravel-Patch. Und weil wir wissen, wo dieser Gravel-Patch ist, äh, Clay-Patch mache ich natürlich. Hier ist ein Clay-Patch. Und weil wir wissen, wo hier der Clay-Patch ist, kann ich von der Position dieses Clay-Patches ausrechnen, wo unterirdisch die erst sind. Ich würde mich dann gleich einfach senkrecht runterbuddeln, ob man in einer sehr großen Wahrscheinlichkeit liegen würde, auch richtig. Es gibt ein paar Probleme bei Seeds. Also bei manchen Seeds geht das. Man hat ja einen zufälligen Seed. Bei einigen Seeds geht das, bei anderen Seeds geht das auf eine andere Art und Weise. Aber diese Standard-Technik, die ich jetzt zeige, gilt für 87,25 Prozent, also fast 90 Prozent aller Seeds klappt das, was ich euch jetzt zeigen werde. Das kann hilfreich sein für Speedruns vielleicht, obwohl da braucht man vielleicht unbedingt Dias oder andere Dinge. Oder einfach nur, um eure Kumpels übelst zu beeindrucken. Ich zeige mal, was abgeht. Zunächst mal, ich habe das zugetragen bekommen von Zuschauern, nachdem ich das mit den NCTs gemacht habe, das Video. Wenn ihr noch eine tiefere mathematische Erklärung haben wollt, was dahinter steckt und wie das mit der Programmiersprache, warum das in der Programmierung so ist, weshalb wie das berechnet wird und dies, das, dann schaut noch das Video in der Videobeschreibung. Da ist nämlich das Original-Video, wo ich das ursprünglich auch her habe. So, ich fasse mal kurz hier zusammen, sodass ihr das theoretisch auch direkt umsetzen könnt, ohne die ganze Mathematik. Pass auf. Leute, wir zeigen uns mal die Chunks an. Und ihr seht jetzt, hier ist ein Gravel-Patch. Ich bin einfach zum erstbesten Gravel-Patch geflogen, okay? So, dort nehmen wir jetzt einfach mal die Mitte. Wollen wir übrigens mal hoffen, dass der Sieg jetzt gleich passt. Jetzt geht's los. Wir nehmen die Mitte von dem Gravel-Patch, der liegt hier. Ich habe manchmal irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, wenn der Gravel-Patch hier etwas erhöht ist, aber ich hoffe mal, das tut nichts zur Sache. Dann gehen wir in die Koordinaten. Positive Z-Richtung, also das ist in Süden, in die Südrichtung. Und ich glaube, überall im Süden geht es nochmal in positive Z-Richtung. Und dann zählen wir jetzt von diesem Block sieben Blöcke ab. Beim siebten Block von hier graben wir uns nach unten in die Erde rein und wir werden ein Tierarzt finden. Aber, wie gesagt, 87% ist die Chance. Es kann auch sein, dass wir ein Sieg haben, wo das nicht funktioniert. Dann würde ich das mit einem anderen nochmal ausprobieren. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das wäre der siebte Block. Und hier grabe ich mich jetzt runter. Und, meine Damen und Herren, hier sollten sich jetzt Diamanten befinden. Natürlich müssten diese sich auf der Höhe 16 oder niedriger befinden. Deswegen graben wir mal runter. Das ist auch noch ein Minenschacht jetzt gewesen. Und darf ich vorstellen, hier haben wir... Ich mache mal kurz auf Peaceful. Peaceful? Hä? Ah, Peaceful? Ah, ich kann die Schwierigkeit nicht ändern, weil ich das nicht eingestellt habe, oder? Hat einfach nur Ultra geleckt. Okay, Leute. Hier sind auf einmal Dias. So, was ist denn hier los? Also, um es kurz zusammenzufassen. Der Minecraft-Zufallsgenerator ist nicht ganz zufällig, weil Minecraft ist ja in Java programmiert. Und der Zufallsgenerator hat halt... Also, es ist schwierig, in der Programmiersprache einen richtigen Zufallsgenerator zu machen. Und ihr sieht es wohl so aus, dass beim Zufallsgenerieren die Position von Claypatches und die Position von Dias zusammenhängt. Wie gesagt, im Detail wird das nochmal in dem anderen Video erklärt. Aber das ist erstmal alles, was man wissen muss. So, und dasselbe können wir nochmal einfach beim nächsten machen, falls ihr jetzt denkt, ach ja, das war ja nur Zufall. Pass mal auf. Hier ist wieder die Mitte eines Claypatches. Übrigens, wie groß dieser Claypatch ist, ob das jetzt einer ist mit einem Radius von 3, von 4, von 5 oder sowas, das zeigt auch etwas an, nämlich wie tief das DIA-Erz generieren kann. Also, wenn wir beispielsweise einen Claypatch haben, der riesig ist, so ein 5er-Radius, dann kann es allerdings sein, dass da nichts drunter ist, weil dann das DIA-Erz wahrscheinlich ein Bedrock generiert. Als nächstes, hier haben wir ein... Was, 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 wo zählt das hier als Radius von hier? Also, am besten, Leute, ist es bei einem 3er-Radius, weil dort kann das zwischen 9 und 12 oder so generieren, das DIA-Erz auf der Höhe. Und das ist jetzt hier, ich weiß nicht, ist das ein 3er oder 4er? Zählt der mittlere Block über? Ich weiß gar nicht. Egal. Leute, wir rechnen hier auch mal ganz kurz. Wir gehen hier in die positive Z-Richtung, das wäre an der Stelle nach hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier wird es runtergehen. Es wird manchmal schwierig, wenn man an Chunk-Grenzen kommt. Es kann nämlich sein, dass wenn man zu nah an eine Chunk-Grenze kommt oder meinetwegen, man ist hier und hat bis 3 gezählt, dann muss man von der anderen Seite hier drüben weiter zählen und von hier wieder rüberkommen. Und dann wäre das DIA-Erz an dieser Stelle. Pass mal auf, noch was. Es funktioniert nicht immer. Es gibt trotzdem auch so, ich habe ein paar Mal getestet, die Möglichkeit, dass es nicht klappt. Es ist nicht ganz garantiert. Auf diesem Seat scheint es jetzt zu funktionieren, dass wir, wenn man sieht, einen Block runterkramen. Also ist alles fein. Gehe ich einfach mal runter und wir schauen mal, ob hier irgendwas zu finden ist oder nicht. Aber erfahrungsgemäß, es geht nicht immer, weil es kann nämlich sein, wie gesagt, dass das Erz versucht zu generieren. Kann ich mal ganz kurz hier. Und es ist dann eben Bedrock generiert oder sowas. Weil Bedrock-Blöcke kann man nicht überschreiben. Und an dieser Stelle ist gerade leider nichts. Aber von der Quote her, der überwiegende Teil ist so, dass es klappt. Wir können auch mal bei dem hier gucken. Da ist wieder so ein kleiner Patch. Kann sein, dass es auch ein Bedrock generiert. Ja, wir nehmen nur den hier. Manchmal ist es schwierig, auch wenn hier so Chunk-Grenzen überschnitten worden sind. Da ist es auch oftmals nicht ganz so zuverlässig gefühlt. Oder ich bin einfach nur so doof. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und hier geht es runter. Und dann machen wir mal auf ein neues. Ich mache in dieses Video übrigens gerade extra keine Cuts rein. Damit mir Leute nicht erzählen können, dass es nicht funktioniert. Probiert es einfach mal aus. Kann auch sein, dass ich vielleicht manchmal so Pech habe. Oder dass es einfach ins Bedrock reingeneriert ist. Hier sehe ich gerade auch schon wieder nichts. Aber manchmal habe ich hier das Gefühl, wenn ich die Steine wegfliefe, dann ploppt noch eins auf. Nee, gerade auch nicht. Noch tiefer. Ah, hier ist es. Guck. So, das ist nämlich die Sache. Man muss, das sieht so aus, so höch ist ja gar nichts. Ja, es generiert halt ins Bedrock rein. Und wenn es ins Bedrock reingeneriert hier, dann kommt man da nicht so gut ran, logischerweise. Im Creative kann ich das jetzt wegmachen. Aber das ist die Schwierigkeit. Es zeigt immer an, wo eins generieren kann. Aber ob es dann auch wirklich da verfügt, wo es nicht ist, das ist halt die andere Sache. So, und da haben wir jetzt hier gerade einen gehabt, der ist ziemlich tief im Bedrock generiert. Und ich glaube, das war das irgendwie mit einem, ja, ich glaube, das war der Zweierradius. Das ist halt das Kleine, wo das extremst tief generieren kann. Wir müssen uns einen etwas größeren Clay-Patch holen, hier eventuell. Aber das, ja doch, das müsste gehen. Pass auf. Hier haben wir jetzt wieder den Fall, dass es über eine Chunk-Grenze geht. Also, eins, zwei. Und jetzt gehen wir nachher drüben. Drei, vier, fünf, sechs. Und wenn ich mich hier runtergrabe, müssen wir wieder da sein. Der Patch ist größer als der andere, das heißt, es müsste etwas höher generieren. Ach du Heilige. Geht's ja übelst runter. Na, gucken wir doch gerade mal. Und, ja gut. Lava und Caves überschreiben Diaerze. Das muss ich übrigens auch noch sagen. Das heißt, zufälligerweise ist genau hier ein Lavasee und das Diaerz, was hier generiert wurde, ist durch die Cave-Generation gelöscht worden. Das kann auch passieren. Das habe ich auch schon in einem anderen Video festgestellt, auch in Craft Attack. Wenn man Diaerze findet in Höhlen, dann sind das oft kleinere Quellen, wie als wenn man sie ausgräbt. Das liegt einfach daran, dass die Höhle über die Erze drüber generiert wird und eine höhere Priorität hat. Zuerst werden also die Erze generiert und dann werden die Höhlen durchgeforscht. Und wenn da zufälligerweise vorher schon Erze waren, werden die gelöscht. Und das trifft auch hier zu. Also, man kann nicht explizit sagen, genau da ist ein Erz. Man kann aber sagen, dort ist eine Position, wo er es generieren kann. Und wenn dort nicht dran rumgeforscht wird, dann klappt das auch. So, wie gesagt, wir brauchen ein paar bessere Positionen. Hier ist nochmal eine. Es sieht nach einem guten Patch aus, wenn er in einer guten Höhe ist. Und hier können wir wieder hingehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also hier geht es runter. Wenn man noch einen Block Abstand zur Chunkboard hat, dann ist es hier meistens was. Wenn man direkt an der Chunkboard runterkriegt, muss man auf die andere Seite gehen. So, und komm schon. Hier sieht es ja zuversichtlich aus. Da haben wir es doch. There we go. Und hier ist das Diaerz. Es ist gefunden worden. Tja. Und mir war es wichtig, das ancut zu lassen, damit man das ganz gut rauskriegt. Es geht aber nicht nur mit Clay Patches, sondern auch mit Gravel Patches. Und mit Gravel Patches, im Sumpf gibt es erstmal nur Clay Patches, brauchen wir einen River. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich will trotzdem noch ein Beispiel hinkriegen, weil es ist ja recht einfach hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier müsste nochmal sein. Wieder ein entsprechend großer Clay Patch. Und wenn ich mich jetzt hier runtergrabe, dann haben wir auch schon hier das Diaerz gefunden. Okay. Ich würde mal sagen, das bestätigt es einigermaßen. Ich habe nicht geschnitten. Neues Seed. Probiert es selbst aus und testet es, ob es geht. Und wenn es geht, dann wisst ihr Bescheid, dass es gut läuft. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich revolutionär ist. Als nächstes gehen wir mal in den River rein. Und im Fluss gibt es auch Gravel Patches. Dort kann man es ebenfalls berechnen. Bei den Gravel Patches ist es allerdings so, dass wir nicht sieben Blöcke beim siebten Block runtergraben müssen, sondern 14. Und 14 heißt halt meistens, wenn man über die Chunkgrenze geht, dass man minus zwei macht. Also das ist jetzt nicht einfach 14 in eine Richtung zählen, von anderen Seite wieder kommen. So einfach zwei Schritte zurückgehen, dann passt das. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und das eben auch nochmal getestet. Die Gravel Patches richtig einzuschätzen. Aber hier vorne hat es jetzt einmalig geklappt. Hier gibt es einen Gravel Patch und das ist jetzt kein großer, sondern ein kleiner. Die großen sind irgendwie weird. Ich glaube, da kann das Diaz auch nur eher tief generieren und dann wird es vom Bedrock überschrieben. Bei den Gravel Patches, die aber hier nur eine Radius von drei haben, also vom mittleren Block aus, geht das. Wenn ich jetzt minus zwei ging, ganz unten kann man es eventuell sehen, da ist ein Diaz drin. So weit, so gut. Und ich probiere das jetzt auch nochmal live bei einer Stelle oder bei ein paar Stellen, wo ich es auch nicht probiert habe. Hier sehen wir ebenfalls, das ist ebenfalls wieder so ein kleiner Gravel Patch, auch hier im River Biom. Und wenn ich jetzt hier minus zwei gehe, also hier mich runter grab, dann müsste ich hier auch wieder draufstoßen eventuell. Übrigens, da war ein Emerald, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, weiter. Und da haben wir auch die Diaz. Sehr schön. Das geht ebenfalls. Es kann sein, dass bei einigen Seeds die Sachen sich, wie gesagt, abwechseln. Da sind die Werte ein bisschen verschieden. Aber ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, überhaupt da drauf zu pokern oder sich das zu merken, weil in dem Moment, wo man die Sachen schnell braucht und sich hier runter gegraben hat und es klappt nicht, da hat man eh schon genug Zeit verschwendet, dass es sich für einen Speedrun schon gar nicht mehr lohnt. Also es lohnt sich eigentlich nur, auf die großen Sachen zu gehen. So, hier ist wieder ein großer Gravel Patch. Das heißt, da kannst du wieder tief generieren. Ein kleiner Gravel Patch, der ist eventuell wieder etwas einfacher. Das ist auch ein großer. Es generieren irgendwie viel mehr große Gravel Patches als kleine Gravel Patches und so sonderweise. Ja. Egal. Ihr habt gesehen, daran funktioniert es. Und da kann man einiges machen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also bei den Gravel Patches, damit man sieht, wie hoch das Erz dann am Ende liegt, hatte ich ja schon gesagt. Bei diesen großen Gravel Patches, das kommt schon wieder vollkommen mit rein. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Und zwar beim Radius, Gravel Patch Radius von 2, kann das Erz auf Höhe 5 bis 8 generieren. Bei 3 von 9 bis 12. Also 3 sind die idealen Gravel Patches, wo man buddeln sollte. Bei 4 kann das Erz auf 13, 14, 15 oder Höhe 0. Dann schwappt das wieder nach unten generieren. Und wenn der Gravel Patch eine Größe von 5 hat, was wahrscheinlich das hier ist, dann kann er zwischen der Höhe 1 und 4 generieren. Wo ist überhaupt die Mitte? Hier sind 4 Blöcke und da sind auch 4 Blöcke. Ich weiß nicht, ob das als 4 oder 5 zählt. Wenn ich mich also hier runtergrabe, ist es wahrscheinlich so, dass wir nicht so easy was finden. Die Größe klärt das. Hier gewittert ist gerade. Und da gucken wir mal. Übrigens, ich habe mich auch vertan bei den Clay Patches. Da gibt es nur zwei verschiedene Größen. Da gibt es einmal den kleinen Clay Patch und einmal den großen Clay Patch. Und der große heißt, dass es höher ist und das kleine heißt, dass es auch niedriger generieren kann. Also da bin ich durcheinander gekommen, weil ich mich mit den Gravel Patches gerade verwechselt hatte. Aber ja, probiert das. Und vor allen Dingen erstmal, sagt Bescheid, wie genial ist dieser Trick? Ja, sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Und klappt das bei euch? Schreibt auch mal in die Kommentare. Ja, ihr könnt das gerne testen auf der 1.16. Das müsste alles fein sein. Und auch wenn mal ein Speedrun kommt oder so. Wie gesagt, wenn ihr dringend Dias braucht, seid im Sumpf nach unten graben. Und ihr habt die, ihr habt das bekommen, würde ich sagen. Ein letzter Versuch. Das ist die Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier geht es runter. Wollen wir mal hoffen, dass hier ein Dias ist, weil das wäre nämlich der grüne Abschluss. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Pech gehabt nicht, dass hier eine Cave durchgeneriert. Hier könnte was sein. Und hier ist es einfach, Leute. Es passt. Jetzt kennt ihr das auch. Und könnt eure Kollegen beeindrucken. Oder je nachdem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es was Interessantes gibt, wieder erfahrt ihr es mal auf dem Kanal. Deswegen schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.